So weit, meine Herren, dieses Thema. Staatsministerium Stuttgart. Ja, bitte. Nein, nein, auf keinen Fall. War's das? Also dann, meine Herren. Landesregierung Dresden. Hallo, hallo. Typisch, dann eben nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. Voll aufnehmen und das nächste Mal gleich mitbesprechen. Saarbrücken. Bitte keine Störung mehr. Und das nächste Mal dann rein mit. Meine Herren, bitte. München. Ja, bitte? Ja, selbstverständlich. Herzlich, herzlich gerne. Äh, natürlich. Psst. Geht in Ordnung. Auf Wieder... Meine Herren, äh, das war meine Schwiegermutter. Ja, ich bin aber... Bayern stark für Deutschland. Deshalb mit beiden Stimmen am 2. Dezember CSU.